Was ist der Christus? Christus ist das Bindeglied, das dich eins mit Gott erhält und dafür bürgt, dass die Trennung nicht mehr als eine Illusion der Verzweiflung ist, denn Hoffnung wird für immer in ihm weilen. Dein Geist ist Teil des Seinen und der Seine Teil des Deinen. Er ist der Teil, in dem die Antwort Gottes liegt, wo sämtliche Entscheidungen bereits getroffen und Träume vorbei sind. Er bleibt von allem unberührt, was die Augen des Körpers wahrnehmen. Das bist du in deiner wahren Natur, letztendlich völlig unberührt von dieser Welt. Und warum lassen wir uns berühren? Weil wir etwas Besonderes aus uns gemacht haben. Eine Besonderheit, die Illusionen, die weitere Illusionen hervorbringt. Das letztendlich bedeutet es, dass Christus Bewusstsein zu sein, du bist von jeder menschlichen Erfahrung vollkommen unberührt. vollkommen unberührt. Die ganze Welt könnte sich heute auflösen, du wärst davon unberührt. Sie könnte explodieren, in sich zusammenfallen, du wärst davon unberührt. Denn du, als das Christus selbst, das du bist, immer noch bist, hat mit all den menschlichen Erfahrungen, die wir machen, nichts zu tun. Und dennoch scheinen unsere menschlichen Erfahrungen so wichtig zu sein, im Vordergrund zu stehen, so bedeutungsvoll zu sein. Da gibt es unsere Krankheiten, da gibt es unsere besonderen Beziehungen, da gibt es unsere besonderen Situationen, in denen wir nicht zurechtkommen. All das ist Ego. Wodurch kann eine Krankheit entstehen? Doch nur durch das Ego, das sich dadurch einen Gewinn erhofft. Und so weiter. Und ich weiß, es ist unangenehm, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass wir durch unsere Krankheiten uns einen Vorteilsgewinn versprechen. Denn solange wir uns so sehr in der Krankheit verlieren, beziehungsweise in unseren besonderen Situationen oder Konflikten, solange sind wir im höchsten Maße egoistisch. All unsere Probleme ist ein Ausdruck von Egoismus. Genauso wie unsere Krankheiten, genauso wie all das, was sich auf dieser Welt zeigt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und wenn auch diejenigen, die jetzt zuhören und an starken Diagnosen leiden, wenn sie ganz ehrlich sind und dies hier auf eine Art und Weise zu sehen bereit sind, wie sie es bisher noch nicht gesehen haben, dann können sie aus ihrem Kreislauf von geboren werden, krank werden, altern und sterben sich befreien. weil sie der Welt, weil sie ihren Diagnosen, weil sie den Situationen, in denen sie sich befinden, eine neue Antwort geben. Eine neue Antwort, die Heilung beinhaltet. Was haben wir gestern gehört? Die Stille von Gottes Frieden ist mein. Nichts kann diesen Frieden stören. Und wenn wir tatsächlich bereit sind, diese Antwort zu geben, dann wird all das schwinden müssen, von dem wir uns eingebildet haben, dass es existiert. Und es wurde auch gesagt, dass Probleme Leiden etwas Freiwilliges ist und dass in Wahrheit überhaupt kein Problem existieren kann. Auch das ist für das Ego eine so ein offensichtlicher Angriff, dass wir es vielleicht leichtfertig abtun und unseren eigenen Aberglauben wieder hineinbringen, um an diesen besonderen Situationen festhalten zu können. Und der Kurs gibt uns eine völlig neue Antwort auf all das, was uns scheinbar so sehr beschäftigt. Leiden, Schmerz, Krankheit ist immer nur ein Ausdruck des Mangels an Liebe. nur das. Und du kennst es inzwischen, es gibt nur Angst oder Liebe. Nur das. Und das sagt uns Jesus in all seiner Sanftheit. Und das Ego empfindet es natürlich als Angriff und als schwierig zu verstehen. Es glaubt, das ist unmöglich. Wie kann das sein? Jedoch, und hier wieder, wenn wir ehrlich sind, dann werden wir es erkennen. und deshalb ist dieser Kurs für diejenigen, die sich erlösen wollen aus diesem Kreislauf von Geboren werden, Krank werden, Altern und Sterben so hilfreich. Für all diejenigen, die die Symptome, auf die Symptome ein Pflaster kleben wollen und sich dadurch eine neue Situation erschaffen wollen, in denen es sich scheinbar besser anfühlt oder in denen es ihnen besser geht. Für diejenigen ist dieser Kurs oftmals sehr befremdlich. Und warum kann ich das sagen? Weil ich viele Jahre damit verbracht habe, den Kurs zu ignorieren, weil ich der Ansicht war, ich könnte noch einen besseren Traum träumen, anstatt mich zu erlösen. Und das ist der große Unterschied. Solange wir noch einen besseren Traum träumen wollen, ich muss jetzt gesund werden, meine Beziehung muss heilen, meine Finanzen müssen sich verbessern, die Wohnung muss sich verbessern, ich lebe in einer Schimmelwohnung und deshalb muss es so oder so sein, solange wir so in die Welt schauen, was natürlich aus menschlicher Sicht natürlich ist, das verstehe ich, aber solange wir so schauen, halten wir an diesem Kreislauf fest, in dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Wir sind hier, um all diese angstvollen Situationen durch die Liebe zu ersetzen. Und wie machen wir das? Durch Vergebung. Heute gehört der Liebe, lass mich nicht ohne Furcht sein. Lektion 274 Entweder Liebe oder Angst. Und heute wollen wir all das, was uns begegnet, durch die Liebe erkennen. Wir wollen vergebend darauf schauen. Wir wollen nicht mehr angstvoll die Situationen wahrnehmen. wir wollen nicht mehr den einen Konflikt durch einen anderen Konflikt ersetzen. Du weißt es doch genau. Wenn wir etwas erreicht haben, von dem wir glauben, dass es uns glücklich macht, brauchen wir noch mehr, was uns glücklich macht. Und immer noch mehr. Und es muss wieder anders sein. Dann haben wir unseren Traumpartner und der ist es auch nicht. Und so weiter und so fort. Und das ist ein ständiges Spiel. Eine Matrix der Hoffnungslosigkeit. Und wir wollen uns keinen weiteren Gewinn mehr versprechen, indem wir an den Diagnosen beziehungsweise an den bedeutungsvollen Vorkommnissen, die hier in der Welt geschehen, irgendein Vorteil versprechen. Wir wollen die Welt aufgeben. Vollkommen aufgeben. Und wie? Was steht hier? Dein Geist ist Teil des Seinen und der Seine Teil des Deinen. Er ist der Teil, in dem die Antwort Gottes liegt, wo sämtliche Entscheidungen bereits getroffen und Träume vorbei sind. Hier enden alle Träume hier transzendiert und löst sich all das auf, was uns so wichtig erscheint, woran wir festhalten, an unsere besonderen, an unserer besonderen Liebe, die wir gemacht haben, zu unseren Kindern, zu unseren Partnern, zu all dem, was sich da scheinbar aufzeigt. Wie können wir unsere besondere Liebe zu unseren Kindern transzendieren? Ich möchte schon gar nicht das Wort aufgeben hereinbringen, denn aufgeben ist immer bedrohlich. Nein, wir wollen es transzendieren. Ich merke es ganz deutlich bei mir und der Beziehung zum Beispiel zu meiner Tochter. Ich habe eine Tochter und ich war so der Vater, der überall geschaut hat, dass es ihr gut geht und wenn es ihr nicht gut geht, habe ich versucht, dass es ihr irgendwie besser geht, damit sie glücklich sein kann und das ist alles aus einer unbewussten Schuld entstanden. Ich habe mich unbewusst schuldig gefühlt gegenüber meiner Tochter und habe dadurch an der besonderen Beziehung festgehalten. Schuldig, weil ich kein guter Vater war, als sie klein war oder weil ich diesen oder jenen Fehler gemacht habe und weil ich nicht vollständig präsent war, wie es andere Väter tun und was weiß ich, was ich mir da alles für Geschichten ausgedacht habe. Und heute kann ich ganz anders auf sie schauen. Ich muss sie nicht mehr ritten. Aus einer Idee der Schuld heraus. Und dadurch löst sich, transzendiert sich unsere besondere Beziehung Beziehung in eine Beziehung der Liebe, in der alles sein darf, in der sie sich auch nicht gut fühlen kann. Und das ist nun einmal so, wenn wir heranwachsen und all unsere scheinbaren Träume in unseren Beziehungen zusammenbrechen, dann fühlen wir uns natürlich nicht gut. Das ist doch klar. Aber ich schaue nicht mehr gleichgültig darauf, also letztendlich schon gleichgültig großgeschrieben, aber ich wende mich nicht mehr ab, weil ich mich letztendlich, wenn ich mich in Schuld diesbezüglich befinde, wende ich mich ab davon. Heute schaue ich geheilt auf diese Situationen, in denen ich zum Beispiel die Formulierung in mir finde, heile du den Schmerz, die Sorgen von meiner Tochter in meinem Geist und schon bin ich im Frieden und sobald ich im Frieden auf die Situation schaue, kann sie sich daran orientieren, ohne dass ich irgendwelche Worte diesbezüglich einbringe. muss überhaupt nichts sprechen. Der Christusgeist beginnt die Dinge zu heilen und nicht mehr das Ego selbst das Versuch die Dinge in Ordnung zu bringen und das ist nun mal ein riesen Unterschied und hierin transzendieren sich unsere Träume, unsere Konflikte und unsere Sorgen und dann geben wir der Situation, in der wir uns befinden, eine neue Antwort. Und es wurde hier schon oft gesagt, wir sind aufgefordert, all den Situationen, in denen wir uns befinden, und es spielt wirklich keine Rolle, welche es ist, eine Antwort zu geben. Eine Antwort, die nicht von dieser Welt ist. Denn die Antworten, die von dieser Welt sind, halten uns doch in dieser Welt gefangen. In einem Gefängnis, in dem wir der Gefangene, der Gefängniswärter und der Direktor sind. Alle drei Dinge zusammen. Und so bist auch du eingeladen, zu beginnen, all den Situationen wirklich eine neue Antwort zu geben und auf die kreativen Impulse von Spirit, von deinem Heiligen Geist zu warten. Er wird dir Lösungen anbieten, an die du nicht denken konntest, weil unser geringes Fassungsvermögen nicht ausreicht, um Erlösungen hereinzuführen. Aber kann uns denn die Stimme, die uns eine Lösung anbietet, gehört werden, solange wir noch auf unsere Probleme pochen, auf unser Recht haben, in bestimmten Situationen? Kann das funktionieren? Ja, und ich weiß, manchmal sind wir so sehr gefangen in diesem Irrsinn, wo sich nur noch alles um ein Problem dreht, dann nimm dir zwei bis fünf Sekunden Zeit, nimm ein paar tiefe Atemzüge und sag deinem inneren Selbst, ich habe keine Ahnung, wie ich aus diesem Konflikt herauskomme, zeig du es mir. Ich weiß nicht, wie Vergebung funktioniert, zeig du es mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll, zeig du es mir. Und das ist damit gemeint, ich möchte zurücktreten und dir die Führung überlassen. Ich möchte mich nicht mehr selbst führen in meinen naiven Ideen eine Lösung herbeiführen zu können. Zeig du es mir. Und dann werden sich unsere Träume transzendieren, denn dort, wo Liebe ist, kann keine Furcht mehr sein. Das heißt, dort, wo Liebe ist, kann kein Problem mehr sein oder irgendeine Form der Krankheit. Und so ist alles ein Mangel an Liebe. Und das gilt es zu erkennen. Und du, ja, und du bist in der Lage, all die feuchtsamen Situationen, in denen du dich jetzt scheinbar befindest, durch Liebe zu ersetzen. In der Praxis. Und das alles kann heute für dich schon möglich sein. Egal, welche abgefahrenen Situationen dich gerade behelligen, das alles ist jetzt für dich möglich. Und hier sei noch gesagt, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist eine Überzeugung, eine Überzeugung, die weitere Begrenzungen hervorbringt. Das ist wahr. Wir wollen es nicht mehr abtun mit unseren alten Sprüchen. Es ist die Wahrheit, die uns durch diesen Kurs vermittelt wird. Ach, das ist zu einfach. Ja, das Ego ist sehr kompliziert und deshalb kann es sich einfache Lösungen nicht vorstellen. Sage dir doch lieber in Situationen, in denen du nicht weiterkommst, ich bin gespannt, welche Lösung mir hier der Heilige Geist anbietet. Ich bin gespannt, welche Lösung mir hier die Liebe, die Freude, mein hohes Selbst anbietet. Und dann treten wir und dann sind wir still und wir warten in Geduld ab. Und ich verspreche dir, dass dein kreativer Geist dir eine Lösung anbietet, wenn du beiseite trittst. Wir müssen zutiefst verstehen, dass nichts zwischen unsere starre Projektionen treten kann. Solange wir noch glauben, dass diese Projektion wahr ist, Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt, solange wir noch an dieser scheinbaren Tatsache festhalten, kann die Lösung nicht gehört, nicht gesehen und nicht erkannt werden. Ein besonderer Segen kommt heute zu uns, von ihm, der unser Vater ist. Gib ihm diesen Tag und es wird heute keine Furcht geben, weil der Tag der Liebe hingegeben ist. Ist das nicht eine ganz wundervolle Einladung? Wir wollen heute den Tag der Liebe geben. Wir wollen diesen Tag der Freude geben, der Lösung geben. Und vielleicht ist es uns in dieser Gänze noch nicht möglich, diesen ganzen Tag in Liebe oder in Freude zu erfahren. Dann wollen wir sagen, dann wollen wir in bestimmten Situationen sagen, die Stille von Gottes Frieden ist mein. Das ist eine Antwort. Weil unser Ego Verstand hat natürlich ständig Ideen. Ständig bringt er irgendwelche Dinge hervor und da ist noch was faul und hier ist noch jemand und das ist noch ein Fehler und das sollte anders sein oder besser sein. Das ist ganz klar, das Ego wird nicht so schnell aufgeben und nicht so schnell beiseite treten. Aber unsere Antwort hat eine immense Gacht. Die Antwort der Liebe ist immens in seiner Auswirkung. Und jeder von uns kennt es, wenn er glücklich ist, sind keine Probleme da. Wenn er in Liebe ist, können Probleme nicht gesehen, erkannt werden. Und deshalb geben wir heute die Antwort der Liebe, damit alle Furcht, damit aller Schatten, damit alle Kleinheit verschwindet, in der wir scheinbar festzustecken scheinen. Und wir sind du bist das Christus selbst, das sich in Kleinheit hineingeträumt hat, aber nichts mit Kleinheit zu tun hat. Du bist nach wie vor die Brücke zur Schöpfung. Und deshalb nutze deine Macht, nutze deine Stärke und gib all dein Vertrauen diesen Worten, diesen Kurs in Wundern, der Lehre des Christusgeistes in dir, dem Neuen Testament. Danke. Danke für dein Lauschen, für deine Hingabe an die Liebe und für deine Schönheit, die du jetzt für mich repräsentierst. Hingabe an Hingabe an Hingabe an Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020